Hey, Meister! Hm? Sieh mal, da hinten ist eine Insel! Na und? Inseln gibt's hier wie Sand am Meer. Nein, so eine nicht. Die Insel, die ich meine, liegt nämlich auf dem Meeresgrund und leuchtet rot. Wie bitte? Eine Insel unter Wasser? Nicht nur das! Da steht außerdem ein riesengroßes Gebäude drauf. Tja, das Leveln an Land ist ziemlich schwierig geworden. Vielleicht wäre das ja eine nette Abwechslung. Ähm, Meister Naufumi? Sag mal, wie steht mir das? Naja, das Material sieht wasserfest aus. Es macht sicher nichts, wenn es etwas nass wird. Es passt perfekt! Auf geht's, Raftalia! Jawohl! Auf geht's, Raftalia! Auf geht's, Raftalia! Auf geht's, Raftalia!